Ich muss irgendwie runterkommen. Wo bist du? Ich bin neben dir. Hi. Doch, jetzt schon. Komm, geh gleich mal raus. Du kannst da nicht runter, sprich, ohne zu färben. Ich hab auch jedes Mal. Du kennst den Weg? Ja. Warte, ich... 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 Moment, Moment. Wo bist du? Ich seh echt nur deinen Namen. Da bist du. Wir müssen uns beeilen. Wegen Peter. Peter, der liegt in den Leben. Er ist vorbei. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich auch nicht nass. Ich bin nass. Oh mein Gott, wir werden nass. Auch das nicht. Ja, wenn ich mal an die Wasserfläche komme. Ja, hab ich gemacht. Ich bin gleich verhungert. Warum kann ich nicht schwimmen? Hallo? Ich muss das nicht nass. Tut sich grad nix. Jetzt hab ich... Aber er macht Schwimmbewegungen. Aber du kommst nicht näher und das Haus kommt nicht näher. Doch, jetzt kommt das Haus näher. Jetzt steht das Spielschmiede. Oder ich hänge die ganze Zeit. Nein, ich bewege mich. Gut. Aber jetzt haben wir Peter kennengelernt. Das war so dir ganz unauffällig. Das ist hervorragend. Ich sehe gar nix. Ja, hab ich auch. Aber ich sehe trotzdem nix. Ach, jetzt sehe ich den Strand. Jetzt, wo du drauf bist. Dann müssen wir jetzt ganz schnell essen und ins Haus. Ich bin mal... Ich bin kurz vorm Tod. Ich bin kurz vorm Tod, du doof. Ich bin kurz vorm Tod. Was war das? Das war ein Stein. Ja, aber dann siehst du, das funktioniert. So hab ich das mit den Vögeln auch gemacht. Aber ich bin erst hier. Sag bloß. Ich weiß es nicht. Ich bin kurz vorm Tod. Dann komm ich raus. Ah, das ist ein Reh. Okay. Okay. Das ist so gut. Aha. Hier, ich muss nur dringend was essen. 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 Ja, ich muss nur dringend was essen. Das ist ja, weil du schreierst. Ich höre nix. Ich versuche gerade ins Haus zu kommen. Ich sehe im Raum, was neu ist hier. Das ist... Die Filzlaus. Es ist Tag, ja. Wo ist mein, ähm, meine Tasche? Ich muss auch essen. Und trinken. Nein, das wollte ich nicht. Entschuldigung, ich hab's gerade gegessen. Da draußen ist noch ganz viel. Da ist meine Tasche. Hab ich auch. Ganz viel. Und soda. Ich hab ganz viel soda. Und hau ab. Verpiss dich. Ich wollte aber auch auf die Liste vor. Verschrauben! Oho! Hey, jetzt war's. Na, ich kann auch nicht mehr so lesen. Weil in meine Aufnahme nichts gehört. Oh, nein. Ja, doch. Ich muss dann einfach rausschneiden. Weil ich da gar laufen war. Das ist natürlich schlecht. Ich muss unbedingt wieder jagen. Oh, Hörnchen. Zwei Stück. Nein, zwei Stück. Hey, nur noch vier Baumställe. Echt? Ja. In der ganzen Zeit, die ich gestorben bin... Ja, in der ersten Zeit hab ich weiter raus. Jetzt nimm den schwachen Speer und fang diese verdammten Hörnchen. Die sich gegenseitig jagen. Was macht ihr da? Voll im Kreis. Das müsstest du nicht machen. Ha! Getrunken! Hin schon! Und dann... Ich hab' die Hörnchen... Ich hab' die Hörnchen... ... ich hab' die Hörnchen... Ja, geh mal mit ihm Hände waschen. Hast du das Spiel gestoppt? Nicht, dass du gleich wieder stirbst. Ich bin auf die Frage. Gut. Hä? Ja. Ja. Das hat der Hund immer noch nicht verstanden. Wollen wir mal noch eine Mauer aufbauen? Wo denn? Komm mal her. Bitte. Ah, sie. Unser Hasenfalle hat auch wer zugeschnuppt. Wenn du dich derer annehmen würdest. Hier, weiter. Hier. Da, wo ich hingucke. Dann so rum? Ja. Gut. Da ist die Steinmauer, aber lass den Loch, dass es uns kommt. Yes. Da hängt sich das Spiel gerade mal wieder auf. Wo sind denn die Steinmauern? Das ist die Lagerung. Das ist freies Bauen. Wo drunter war das denn? Ähm, freies Bauen war jetzt. Ja, Felswand. Genau. Wo verlierst du denn? Äh, bis zu dem Baum, würde ich sagen. Ja, das ist eigentlich ein Freiholter. Ich kann es dir nicht sagen. Ach so. Weil sie dann noch jetzt eine Lager hat. Hm. Ja. Ach so. So, dann baue ich mal die Mauer weiter, ja? Ich habe keine Lust, ständig zu sterben. Ja? Ja? Was denn? Meins oder deins? Okay. Okay. Ah, so ist es mal eben das Wunsch. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Hast du mich noch reinlassen? Ich bin jetzt raus. Okay, ist denn der Schmuck. Äh, hat der Hund schon wieder? Ja. Ach, Hund, du bist so doof. Ja. Äh, das ist einfach. So. Hartz, ja. Wie viele Baumstämme brauchst du noch? Ja, erstmal bin ich noch an der Mauer, es fehlen nur noch sieben. Für den Teil der Mauer, den ich gerade habe, fehlen nur noch sieben. Muschi Klaus! Jetzt habe ich ihn doch so genannt. Peter! Geht gerade unter dem Baumhaus her. Das ist so nicht. Fein! Er hat uns nicht entdeckt. Er geht gerade zum Wasser. Bitte geh jetzt in den Baumhaus. Entschuldigung. Ah! Er kehrt um! Er ist umgekehrt. Er geht wieder unter dem Baumhaus her. Peter, hör auf! Er verschwindet ja im Wald. Ich aber. Wo ist Peter? Ja! Wo ist Peter? Peter? Ich auch nicht mehr. Wenn Peter jetzt weg ist, dann ist gut. Aber muss Peter jetzt auftauchen? Und nun? Weiß nicht. Und wir waren noch nicht hin. Welche Mauer jetzt weiter bauen, Peter? Ich habe noch genannt, zwei Steine. Seitdem dann. Ich habe noch nicht mehr als alles festgestellt. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Vielen Dank.